Wir haben hier einen Anschlag. Versucht hier das Metall nicht zu berühren, sondern geht ganz einfach hier an diesem Schnitt, den wir vorbereitet haben, dort entlang. Es ist wie eine Führungsschiene, ganz einfach mit einer niedrigen Drehzahl. Tragt eine Schutzbrille dabei, sodass euch der Dreck nicht ins Auge fliegt oder in die Scheibe kaputt geht, euch das Gesicht beschädigt wird. Also Vorsicht mit diesen drehenden Teilen. Ja, und dann beginnen wir mal. Gehen vorsichtig da entlang, ohne viel Druck. So, das wird ein schöner Schnitt. Machen wir das so weiter.